19. August 73, SV Alsenborn gegen Südwest-Ludwigshafen, 85. Minute, Walter Frosch Nummer 2. Ich habe weder schlechte Nerven noch faul. Ich bin ein bisschen aggressiv am Spattplatz, ich lasse mir nichts gefallen. Ich kämpfe mit dem Ball, ich bin im Kämpfer-Tipp. Und da tue ich, als du meinen Gegner nicht schonen und mich selbst schonen. Dass da manchmal faul vorkommt, ist ganz normal.